Unser nächstes Team hat auch einen Titelverteidiger bei sich, aber noch viel wichtiger ist, dass sie aus dem letzten LPP das LPP der Liebe gemacht haben, und zwar das Team MAUZ. Ihr müsst doch voll hier, da ist Mikroos für durch. Wieso kriegt ihr keiner Titelmusik? Das wäre voll cool, dann könnten alle voll richtig cool einlaufen. Wir können jetzt aber selbst singen. Ihr müsst alle mitsingen, auch zu Hause. Ich mach den Beat und du singst. Aber ihr müsst hier doch gar nicht singen. Team out, Team out, Team out. Das war's, Team out, Team out. Das klappt irgendwie noch nicht so ganz, das müssen wir irgendwie noch üben. Das macht den Charme aus. Okay, aber wir sind ja nicht zum Singen hier, sondern zum Pokern. Richtig. Genau. Du bist letztes Mal Zweiter geworden, richtig? Leider, ja. Ja, aber das heißt, du hast auch viel Pokererfahrung, ihr beide. Das heißt, ihr werdet einfach, oder war das nur Glück? Ich hab wirklich das letzte Mal zum ersten Mal Poker gespielt. Tatsächlich? Und heute spiele ich zum zweiten Mal Poker. Sehr schön. Aber ich hab beim letzten Mal gewonnen, warum soll ich nicht jetzt gewinnen? Ja, eben. Stimmt eigentlich. Und wir sind Team. Nur Mutkinder. Das ist unser cooler Check. Nein, den lassen wir nicht. Ihr seid irgendwie verwirrt. Ich weiß gar nicht, was ich mit euch anfangen soll, okay? Möchtest du das mal kurz noch später? Nein, du musst uns noch sagen, was habt ihr für persönliche Gegenstände dabei heute für uns drei? Mein persönlicher Gegenstand ist ein super cooler, signierter Kaffeebecher. Wieso, ein Kaffeebecher? Ist doch super. Ich trinke gerne Kaffee. Ich mag Becher. Cool. Ja. Oh ja. Ach, da ist er. Mann, super. Oh, wir haben die Gegenstände sogar da. Wahnsinn. Der ist sogar von deiner Lieblingsserie, oder? Und signiert. Und von meiner Lieblingsserie. Und signiert. Und was ist das mit dir? Ich habe tatsächlich gerade irgendwie eine Feder am Ohr. Aber ich habe als... Oh, magisch. Heißt du Roger? Roger Feder? Ich habe eine Mütze und ein Buch dabei, weil ich... Letztes Mal hatte ich ja was dabei, was ich mir wirklich... Ich fühle mich hier tatsächlich sehr unwohl gerade. Ja, okay. Na gut, wir können das auch überspringen. Wir müssen aber ganz dringend noch wissen, an wen ihr spendet. Das wäre das einzige Wichtige. Dann kann ich euch gehen lassen. Wir spenden an die Gemeinde Korps Bielefeld. Da wollte ich die letzten beiden Male schon hinspenden, aber habe es nicht geschafft. Und deswegen machen wir das heute. Und Max hat sich dazu bereit erklärt, dass er auch... Ich unterstütze das, ja. Nachdem er beim letzten Mal schon an meine Wunschorganisation gespendet wurde. Hast du gedacht, Team Outs. Das ist sehr nett. Team Outs, ja super. Team Outs, ja Team Outs. Cool. Dann werden wir uns an den Tisch. Und Tisch du aufs Sofa. Los geht's. Ab geht's, ab geht's. Wohin damit. Ich Hoje. Untertitelung des ZDF, 2020